Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ich bin Dark Resistance und dies ist mein erstes offizielles Let's Play. Ich hoffe es wird euch gefallen, denn heute möchte ich damit anfangen mit euch The Walking Dead zu spielen. Allerdings wird euch schnell auffallen, dass wir ein neues Spielprinzip ausprobieren werden. Und zwar wollen wir versuchen das Spiel bewusst mit schlechten und negativen Entscheidungen zu absolvieren. Wie das Ganze aussieht, ob es lustig wird oder wie wir womöglich sogar dabei drauf gehen werden, erfahrt ihr im Laufe der nächsten Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß mit The Walking Dead Bad Decisions. Episode 1 – Ein neuer Tag Telltale Games präsentiert In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment The Walking Dead The Walking Dead Well, I reckon you didn't do it then. Warum sagst du das? Du weißt, dass man so über die Spiel, das für dich eine Rolle spielt. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the... I didn't do it. Not for me. Cause guys in your position already said it enough. Nein. Schönes Wetter. So muss das Wetter sein, will ich mal so behaupten, ne? Ich ziehe sie jetzt auf den Rückspiegel. Du hast also eine Meinung. Bullen. Überall Bullen. Ich habe eine Freundin auf dem UGA. Du studierst da lange? Ich habe noch sechs Jahre. Du kennst deine Frau in Athens? Du willst wissen, wie ich es sehe? Nicht real. Nicht wirklich. Eh, zu schlecht. Mein Auto. Du hast vielleicht das Recht, dass ich silent sein soll. Aber das bedeutet, dass ich nicht sein muss. Weißt du früher mal Taxifahrer, so wie du mich vollquasselst? Irgendwann. Es könnte sein, dass du einfach die falsche Frau heiratest. Scheiß Typ. Du brauchst dich nicht? Du brauchst dich nicht? Oh, ein Hubschrauber. Wo der wohl hin will? Oha. Ganz Kolonne. Na dann. Ich fahre diesen Mann. Er war der peorste. Er würde nicht stoppen, wie er es nicht getan hat. Er war ein älter Mann. Du hast du nicht gesetzt. Du hast auf den Verstieg. Oh mein Hausseinschatz. Und der auch wieder öffnen. Du kannst sie kolt. Ich hab ihn nicht wollen. Das ist eine Verbrechtung. Das ist der Verbrechtung. Ja, ich werde ich zu beinhalten. Das ist ein Verbrechtnis. Aber er ist halt so, und ich habe alle seine Ansprüche vorlesen. Er beginnt zu kreieren für seine Mutter. Mutter, es ist alles ein großer Fehler. Es war nicht ich. Mann? Nicht sogar nah. Sie haben den Mann reingangt. Sie schrauben seine Frau, sie schrauben sie, als die Jungs durch die Tür kamen. Er sitzt in meinem Auto, schrieend zu schrauben, dass es nicht er. Ich glaube, er hat sich in ihm geglaubt. Das heißt, man muss schon sagen. Es geht um zu zeigen, dass die Menschen verrückt werden, wenn sie glauben, dass ihre Leben vorbei ist. Ich habe noch eine gute Idee für Sie. Eine etwas weniger Depressivität und etwas mehr Töne. Wenn Sie sich jemanden sehen. Oh mein Gott! Da wollte sich wohl jemand das Leben nehmen, so wie es aussieht. Was ist das für ein Teufel? Geht hier ab. Aufwachen. Das trifft wohl am meisten. Alles klar, verwende ihn aus, um dich umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden. Gewehr. Wahrscheinlich, um den Suicider nochmal zu killen, beziehungsweise, so wie es aussieht, sind es wahrscheinlich eher Zombies. Können wir ihn mal. Der sieht nicht in Ordnung aus. Scheibe, Fuß, eintreten, sehr gut. Nochmal. Na komm. Ein bisschen mehr Schmackes. Genau so. Jetzt wollen wir da ruhig gucken. Wir müssen da durchkriechen, alles klar. Durchkriechen. Genau, sauber. Schöne weiche Landung, muss man schon sagen. Au. Mann, 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 Mann. Kannst du nicht aufpassen, ey. Gibt's ja gar nicht. Als erstes würde ich sagen, kommen wir zu Pumpgunder. Shotgun, Pumpgun, was auch immer. Komm her, das Teil. Gib her. Nehmen. Ein bisschen Angst, dass wir gleich noch mehr von diesen Zombie-Vietern in die Ecke kommen. Ja, dann machen wir die doch mal weg. Was ist da? Gewehrpatrone. Sollten wir vielleicht auch gleich mal nehmen. Immer ganz empfehlenswert, wenn ihr was sehrend von einer Zombie-Apokalypse. Oh, Schlüssel. Sehr gut. Aufschließen. Ernsthaft? Gott, Junge, du bist unfähig. Kein Wunder, dass du dich geschnappen hast lassen, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Und da auch alle aufschließen, bitte nicht noch mal fallen lassen, okay. Oh, 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 oh. Zombie, 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 Zombie. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Weg hier, Mann, weg, 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 weg. Ich will nicht beißen, lass ich nicht. Junge, weiter zurück hier, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück. Oh, da geht's nicht weiter. Äh, Gewehr, Patrone, genau, das ist die Idee. Patrone, und Gewehr, komm. Gewehr. So, schnell rein, und dann pußt die um die Rübe weg. Boah, Junge, really? Nimm das scheiß Teil und pußt die um die Rübe weg, verdammt noch mal. Das ist so schwierig, oder was? Halt, stehen bleiben, Polizei. Stehen bleiben. Stehen bleiben, oder ich schieße. Wollt's ja nicht hören. Tja, das hast du nun davon. Wärts mal lieber stehen geblieben. Oh, ein Hobbit! Oh, ne. Ist ein Mädchen. Okay. Hilfe! Frodo! Oh, verdammt. Was? Geräusche. Waschelt irgendwas. Oh, oh. Oh nein, noch mehr Zombies. Oh nein, 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 nein. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Auf den Weg, gleich. Weg, gleich. Oh, Junge. Bist die unzügigste Person, die ich kenne, ey. Weiter, los, weg hier. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, überall, ey. Ah, Navos, schnell da. Oh, ja. 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 Sehr gut. Perfekt. Haben wir es nochmal geschafft. Haha, viel kommt hier nicht rein. Ich dachte so, das soll ich nicht so laut sein, sonst machen sie es wahrscheinlich wirklich. Oh, Schüsse. Hab sie angelockt werden von den Schüssen? Wie in der Serie? Ja, scheint so. Sehr gut, sehr gut. Also Lärm zieht sich auf Himmel schon mal an, das ist gut zu wissen. Hallo. 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 Jemand da? Da ist da oben jemand? Hallo. Hallo. Anybody up there? Hm, scheint wohl nicht so. Was gibt's da? Tee. Ich find one of those tecaps with bourbon in fact. Alter Säufer. Gibt's ja gar nicht. Aber da wäre schön, da gebe ich die Rechte. Geschmackalayer. Hm, ins Haus gehen. Ja, das ist ne gute Idee. Tun wir das doch. Du gehst doch schon wie so'n Zombie. Muss aufpassen, dass sich nicht erschießen lässt. Was ist denn? So. Reingehen. Hallo. Anybody home? Ich denke nicht. Geh mal rein. Wir haben bestimmt Verständnis dafür, dass du da reingehst. Wäre besser. Ja, aber schön Tür zumachen. Ah. Hallo. Ich bin kein Intruder. Oder einer von ihnen. Oh. Hat jemand Nasenbluten. Ziemlich heftige Nasenbluten. Was gibt's denn hier zu gucken? Oh. Ein Einhorn. Süß. Da kann jemand malen. Vielleicht haben sie ein Kind. Blut. Ja. Wenn man Nasenbluten hat, hat man Nasenbluten. Lässt sich sowas nicht vermeiden. Na komm, hören wir uns mal den schönen AB an. Drei Nachrichten. New Messages. Message one. Message one. Left at 5.43 p.m. Hey Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel. So we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway. He's not feeling well enough to drive back tonight. So we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine. And I promise we'll be back in time before the spring break. Where's Clementine? We're still in the Hoverdome. Message two. Left at 11.19 p.m. Oh my god. Finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please. Please. Just leave the city and take Clementine with you back to Murrietta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three. Left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. We love you. Hm. Father, mother, Clementine. All right. Was Claire named her or how? I don't know. Daddy? Huh? Daddy? Baby, I'm sorry! Baby, where are you here? Daddy? 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 I'm here? Daddy? You're hiding from the walls. Um, I'm dead. Hey, what can I look like at that outfit? You need to be quiet! leise soll ich sein warum ich bin kein monster wer ist das bist du okay ich weiß nicht was ich sagen soll ich rede nicht mit dir wie lange kann sie es aushalten mich voll zu labern obwohl ich nicht mehr da bin mal ausprobieren ich glaube es ist endlos schleife ich glaube ich muss antworten äh who is this I'm Clementine this is my house Hi Clementine I'm Lee you are not my daddy no I'm not ah bis auf Sofa chill, Fernsehgucken, gute Idee Wo sind denn Eltern, wie alt bist du und wo die Eltern sind wissen wir ja Die sind in Savannah Hochzeitsreise oder was auch immer Alter Sack Ich würde dich fragen, wo deine Eltern sind, ich weiß es doch, deine Eltern sind in Savannah Wo sind deine Eltern? Die sind in Savannah, ich glaube, sie sind in Savannah, ich glaube, sie sind in Savannah Bist du in Sicherheit, interessiert mich nicht, wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott, noch so'n Vieh, äh Ahhhh Ahhhh Ah, komm weg, weg von hier Weg mit hier, lass ich mich in Ruhe Schnell weg hier Oh mein Gott, oh wirklich Ist das dein Ernst? Geh weg von hier Ah, verdammt nochmal Jetzt hau doch ab Hässliches Ding, ey Hässliches Zombie-Monster-Scheißvieh Lass mich in Ruhe Verdammt nochmal Gib mir das Frisch das Und das Und das Und frisch das Und das Lass los Lass los Lass los So Oh, okay Hm Ich glaube, sie ist Matsch Nee, Frau Oder Zombie Oder was auch immer Sind da weg, dass Blut kommt? Ja, ich hab's gekillt Ja Geh ich auch von aus Das wird doch nicht passieren Genau Oh Schau Ich weiß nicht, was passiert Aber ich schaue dich bis dahin Und was sollen wir jetzt tun? Suche Hilfe, bevor es dunkel wird Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht Hm Ja, ich würde sagen Bad Decision 1 Weil ich würde jetzt Wahrscheinlich beim hellen Im Tageslicht Gegen die Zombies kämpfen Aber wir wollen ja mal ein bisschen Risk Quasi Risiko hier Aufbringen Deswegen würde ich sagen Machen wir mal Wenn die Sonne untergeht Das bezweifeln Alles klar Ob wir nur guten Whisky da hast Komm ich gerne mit Hast du Whisky? Ich weiß nicht Scheint nicht so Hm, das war schnell dunkel geworden Geht nach dem Plan Okay Bleib bei mir Los bei mir bleiben Hey Stehen bleiben Nicht vorrennen Ich bin alter Krüppel Ich bin nicht so schnell Und dann gehen wir mal aus der Nachbarschaft hinaus Dann schauen wir mal was da hinten so abgeht Äh, Clementine? Egal Dann halt nicht Ja, da kommt sie Okay Also ruhig hier So muss es sein Keine Träger WTF Oh mein Gott Alter Schwede Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Schießen welche Müssen wir sterben? Müssen wir sterben? Äh, nein Weiß nicht Äh, weiß nicht ... Oh mein Gott Die Bullen Okay wir listen ja wieder Schrift Wir sagen gar nichts Der ist leise Wie ist niemand Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein, das hast du gut erfasst. Ach was, ich stehe auf so'n Scheiß. Hey Andre, hi Sean. Habt ihr einen von diesen Sachen gesehen? Einer von ihnen hat nur ein Mädchen Chet gesehen. Chet, was ist Chet? Nein, viele im Wald, nur ein Mädchen drin. Äh, nö. Zombies, was ist das? Nein, nicht für einen Moment. Sieht aus, dass du dir selbst ausfüllen hast. Mein Bein, ja, das hört ziemlich schlecht. Ach was, stehe ich nicht an. Hilf uns, das Ding, das unseren Freund hat, und wir nehmen dich und deine Tochter nach meinem Vater zur Sicherheit. Er sollte auch sein, dass deine Tochter auch sein können. Ich bin nicht dein Vater. Genau, ich bin, ich bin Babysitter, Nachbar, halt ein Typ. Ich bin ein Typ. Just some guy. Some guy? Genau. Yeah. She's alone? Genau. Whoever you are, let's get a move on. We guess what? Oh mein Gott, noch so ein hässlicher Typ. Was, das ist Chet? Das war hässlichen Freunden. Los, klein ab. Ernsthaft. Du bist ein Cop. Nein, noch ab. Ach, du willst ihn platt fahren. Auch okay. Du hast ihn verfehlt. Du musst doch mal umdrehen. Du hast ihn verfehlt, Junge. Du hast ihn verfehlt. Äh, es lebt noch. Ah, okay. Kann halt nicht. Dunkel war's, der Mochi helle, als der Autofitzenstelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend im Gespräch vertieft. Als ein totgeschossener Hase. Okay, lassen wir das. Schautermann und durch, dass sich dein Vater übernimmt. Ja, schautermann. Jed ist der auch weh. Er ist der Schaugem. Johann von den Schauern. Das war's nicht. Du bist zu dir. Der Schauge kann noch zu, ihr auch. Danke. Danke, Gott, du bist okay. Ich war überrascht, dass es hier schlecht wäre, auch hier zu sein. Ich war sehr ruhig, wie immer die letzten paar Tage. Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe, dass ich mich überrascht habe. Hallo, hier ist noch jemand. Hallo. Ich rief in André, außerdem in Atlanta. Hallo. Hallo. Nein, du bist schade. Es tut nicht so, als wären wir nicht da. Hallo. Hallo. Ich bin sorry, Sean. Oh, er hat uns bemerkt. Wir brachten ein paar Gäste. Ja. Wir brauchen nur ein bisschen Hilfe. Wir können nicht da bleiben, aber egal. Echt? Ich dachte schon, du hast die Stallpension hier. Was? Nee, ich glaube nicht. Was? Kennst du mich? Wo bist du? Kenne ich nicht. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Was? Ja. Es tut nicht so gut. Was, lass uns gehen. Ich kann dir helfen. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Ah, quatsch. Könnte schlimmer sein. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Tough guy, huh? What did you say your name was? Mein Name. Macht nichts zu nahe. Huh. Well, if you're gonna be here overnight, I'm gonna need it. Unless you'd rather hit the road. It's Lee. Well, Lee, just Lee, I'll take it. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Uh... Heim, einfach raus, aus Atlanta? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. Äh, sie war nicht mehr der Tochter. How did I get your name, darling? I got it clear. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we find our parents. Was wahrscheinlich niemals passieren wird. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got a reinforced defense around the farm. What happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Schlafen im Stall. Gibt nichts Schöneres. Äh, Scheiße? Genau. Ach, Quatsch. Müsst du verkraften. Was ich da draußen erwartet. Weit, weit weg. Weit, weit weg. Weit, weit weg. Okay. I love you, Barry. So, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge von The Walking Dead Bad Decisions. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch das neue Spielprinzip sagt euch zu. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch freuen und einen Kommentar, wäre auch schön. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Dark Resistance. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020